Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Hier der übersetzte Text auf Deutsch. Wie Schwimmer Josia Topf ein Gesicht der Paralympics wurde. Der junge Schwimmer Josia Topf hat sich in den letzten Jahren als herausragendes Talent im Bereich des paralympischen Schwimmens etabliert. Geboren mit einer seltenen Erkrankung, die seine Mobilität beeinträchtigt, hat Topf nicht nur persönliche Herausforderungen überwunden, sondern auch das Publikum mit seinen beeindruckenden Leistungen begeistert. Seine Geschichte ist zu einem Sinnbild für Entschlossenheit und Inspiration geworden. Bereits in jungen Jahren war Topf fasziniert vom Schwimmsport. Er begann, im örtlichen Schwimmverein zu trainieren, wo ihm schnell seine außergewöhnlichen Fähigkeiten auffielen. Trainer und Mitstreiter stellten fest, dass Josia trotz seiner körperlichen Einschränkungen eine bemerkenswerte Technik entwickelte, die ihm einen Vorteil im Wasser verschaffte. Die Kombination aus harter Arbeit und Leidenschaft machte ihn bald zu einem vielversprechenden Schwimmer im paralympischen Bereich. Josias Durchbruch kam, als er an den nationalen Meisterschaften teilnahm und dort mehrere Medaillen gewann. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Diese Erfolge blieben nicht unbemerkt. Medienberichte über seine Leistungen und der Mut, den er an den Tag legte, um seine Träume zu verwirklichen, trugen dazu bei, das Bewusstsein für paralympischen Sport zu schärfen. Es wurde darauf hingewiesen, dass viele junge Athleten durch seine Geschichte inspiriert wurden, selbst aktiv zu werden und ihre eigenen Hindernisse zu überwinden. In einem Interview äußerte sich ein Trainer über Josias Talent und Entschlossenheit. Er betonte, dass die Kombination aus natürlichem Talent und hartem Training der Schlüssel zu seinen Erfolgen sei. Zudem hob der Trainer hervor, wie Topf es schafft, seine Teamkollegen zu motivieren und eine positive Atmosphäre zu schaffen. Diese Eigenschaften machen ihn nicht nur zu einem Sportler, sondern auch zu einem Vorbild für viele. Die Paralympics 2024 in Paris stehen vor der Tür und Josia Topf ist fest entschlossen, Teil dieses prestigeträchtigen Events zu sein. Hier der übersetzte Text auf Deutsch. Vor den bevorstehenden Wettkämpfen hat er sich auf eine intensive Trainingsphase vorbereitet. In Gesprächen mit Sportkollegen wurde deutlich, dass er besonders im Bereich der mentalen Stärke gewachsen ist. Dies erachtet er als unverzichtbar für jeden Athleten, insbesondere in einem so herausfordernden Umfeld wie bei den Paralympics. Im Rahmen der Vorbereitung erhielt Topf auch Unterstützung von Psychologen, die ihm dabei halfen, seine Ängste und Erwartungen zu managen. Diese Erfahrung hat ihn nicht nur sportlich, sondern auch persönlich wachsen lassen. Josia erklärt, dass er gelernt habe, seine Schwächen zu akzeptieren und sie zu einem Teil seiner Stärke zu machen. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Josia Topf hat in den letzten Jahren nicht nur sportliche Erfolge erzielt, sondern auch eine Botschaft der Hoffnung und des Durchhaltevermögens verbreitet. Sein Engagement für den Paralympischen Sport hat dazu beigetragen, das öffentliche Interesse an diesen Wettkämpfen zu erhöhen und das Bewusstsein für die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Sein Werdegang ist ein Beispiel dafür, wie Mut, Leidenschaft und harte Arbeit in der Lage sind, Barrieren zu überwinden, sowohl im Sport als auch im Leben. Viele betrachten Topf bereits als eines der Gesichter der Paralympics und sein Einfluss auf zukünftige Generationen von Sportlern könnte Weichen für eine inklusive Zukunft im Sport stellen. Autor Anita Farke, Sonntag, 8. September 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.